Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sagt die Taube zum Spatz. Ich bin eine Taube, sagt der Spatz. Das heißt jetzt, hörbehindert. Das war der Montagswitz für die Woche. Vielen herzlichen Dank an Sandra Edelmann, die in mir wir Twitter geschickt hat. Wenn euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, hier in der Ecke unten irgendwo. Erzählt ihn nicht zu euren Freunden, zaubert ihnen ein Lächeln auf die Lippen und habt einen guten Start in diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Montagswitz. Baba!